send me your love nichts Nichts, okay, dann doch nicht. Aber hier, guck mal. Aber hier ist doch ein Benzinkanister, Mann. Den wird er noch nicht, vielleicht ist da auch nichts drin. Das sieht ziemlich neu. Werden Sie da drin? Zwei Schlafkarte. Einer von ihnen ist Kinder-Sizeit. Was ist in den Boxen? All from Save-Lots. The first few days, they told folks to gather to the Save-Lots by the Interstate. Anything worth taking? This is too much stuff for just one person. Trust me, these selfish bastards don't stop taking. Probably just to remind us that it's theirs. Hey, was ist denn das? Boxes from the Dairy here. Probably a food we've been given them. Fuckers cross the line. Der Typ ist mir sehr, sehr skeptisch. Glaubt denen kein Wort. Eine Videokamera. Let me see that. Batterie is dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handle that gun. I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily? I thought you were running things back there. Yeah, but she's got the combat training. Hmm. Der stellt bisschen zu viel Fragen. Kommt mir alles sehr verdächtig vor. Wie schmackt den Typen nicht? Empte. Aber es sieht aus, dass jemand aus diesen. Recently. Aha. Alles leere Dosen. Nehmen wir das nicht. Nur Wasser. Hm. Okay. Wirklich was finden tun wir hier jetzt aber nett, ne? Muss man auch dazu sagen. Also hier ist absolut gar nichts. Hm. Looks like they were moving a lot of stuff. Ja, aber wie komme ich da jetzt weiter? Da ist ja sonst nicht nix. Hm. Können wir nicht wieder abhauen? Da ist ja nichts. Das sieht nicht sonderlich wertvoll aus hier. Ah, er guckt das selbst nochmal rein. Ah, man. Hmm. Da hell? Oh, okay. Wer bist du? Hahaha Schau, es ist nicht sicher hier in den woods. Du musst zurück nach der Dairy kommen. Oh, es ist ein helles viel sicher hier, als da dort, du best glaubst. Jetzt vielleicht hast du mich nicht gehört, als ich dich gefragt habe, put deine damn guns down. Du denkst, ich werde dich nicht töten? Ich werde das hier Crossbow und einen guten, Schwerf in dein Augen, und in dein Gehirn. Du bist kein Mann. Du bist Monster. Alle Mann sind Monster. Geben was sie, und dann zerstören sie alles. Geben eine kleine Frau. Geben eine kleine Frau. Das ist alles gleich mit dir. Wo hast du diese Haare? Du hast ihn von ihr. Also, was ich? Du hast ihn von mir. Was hast du gesagt? Du wißt du was? Ich habe mich geändert. Ich habe dich durch. Ja, durch. String ihn auf auf dem Heim. Dann muss ich nach der Farm und schreien alle Person, die ich sehe. Setz dich die Crossbow. Nein, Herr, ich brauche es. Ich brauche es, zu töten Sie, fuckers. Hahaha. Geben, sag ihn, Leute. Sag ihn was du in meinst. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe diese Frau verletzt. Wahrscheinlich. Sie hatte ein Crossbow, die mich auf meine Vorhine gestellt hat. Irgendwie wollte ich die noch nicht erschießen. Keine Ahnung warum. Ich wollte noch was rausholen. Es ist ein clean Schuss, doch. Richtig durch die Vorhine. Das ist gut, zu schreien da. Aber trotzdem. Was ein Verlust. Also, das ist es. Gehen wir zurück? Wenn sie nicht hier sind, ich weiß nicht, wo sie sind. Und es ist eine gute Idee, zu gehen durch die Hände, zu suchen sie. Also, ja. Wir gehen zurück. Once sie sehen das, sie bekommen die Message. Komm schon. Hm. Der Typ ist mir absolut nicht geheuer. Mit dem stimmt was nicht. Was passiert? Ich habe das gemacht, Mama. Das ist nicht was Terry würde. Terry? Mein Mann. Ich vermisse ihn jeden Tag. Dann schreit du für alle, dann, warum nicht du? Oh, calm dich, Prinzessin. Ich mache das selbst. Was passiert mit ihnen? Ich weiß nicht. Schwabbeln ist es. Es ist ein bisschen mit euch alle. Hm. Ja, man kann das sagen. Sie sehen sich nicht genau wie wir tun, wie wir tun müssen. Na gut, es ist wahrscheinlich nur die Hunger sprechen. Und Lee? Keine Hände über die Bandits. Ich bin sorry, dass du mehr Verlust gesehen hast, als ich in deinem Zeitpunkt gedacht habe. aber Sie sind alle sicher hier. Keine Hände. Ich denke, ich gehe und schaue mich. Keine Hände zu weit. Keine Hände zu weit. Essen wird bereit, bevor du es kennst. Und danke, deiner Freundin Koch, für mich. Sie und die Kinder sind in der Börse mit der Kau. Die Frau ist eine Lebenssicherer. Alles klar. Aber irgendwie vertraue ich diesen Leuten ja eigentlich nicht. Die sind mir... Die sind komisch alle. Achja, er hat ja jetzt die Mütze wieder gefunden. Die könnten wir ja eigentlich bringen. Das machen wir gerade mal eben fix. Ich glaube, dass ich da noch irgendwas rausfinden könnte. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl. Mach schon. Es ist okay, Clementine. You can pet her. Es ist okay, go ahead. Ich weiß es nicht. Woah. Katja sagt, Mabel könnte ihre Baby heute Abend. Wir sehen uns, Clementine. Was ist das Ding? Daddy sagt, es ist ein Salt Lick. Ja, aber nicht es nicht. Es ist gross. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Hier, Clementine. Ich weiß es nicht. Du hast einen von den Motorraden gesehen die es haben. Nein. Warum? Es ist wahrscheinlich nichts. Es ist einfach nicht. Ich weiß es, ob du es gesehen hast. Okay. Ich will. Hey, Lee. Du glaubst, du hast immer Kinder? Ich würde, ein paar Tage. Vielleicht eine kleine Frau wie du. Das ist toll. Du wärst ein guter Vater. Na, danke für meine Hatt. Du bist willkommen, Clint. Wolltest du, die Kugel mit mir? Nein, aber du gehst an. Wie magst du die Kugel, Clint? Sie ist schön. Hey, Andy. Ja? Mhm. Dankeschön, ja. Da läuft was nicht mit rechten Dingen zu, Freunde. Hab ich nichts verloren? Nein, nicht wirklich. Hm, das ist lustig hier. Wie Scheiße, richtig? Hey, benutzt nicht Swearwörter, ok? Ok. Das habe ja ich in der ersten Episode auch im Stall gesagt, ne? Deswegen. Krass, dass so eine Kleinigkeit dann... Das finde ich wieder geil. Das wird richtig geil gemacht. Ok. Ich glaube hier ist nichts, ne? Ne. Man weiß nie, ob hier irgendwas ist. Ah, ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin. Aber komm schon, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch das letzte durchsuchen. Wäre mal lustig, wenn wir gerade im letzten was finden würden. Oh, gucke mal. Ah, schade. Ich dachte schon. Naja, gut. Du hast es auch, oder? Lee, sie schauern etwas hinter dieser Tür. Ich habe schnell gesehen. Sie haben eine Schraubung von Klingeln. Und etwas mit Klingeln. Sie haben eine Schraubung von Klingeln. Sie haben eine Schraubung von Klingeln. Sie haben eine Schraubung von Klingeln. Es ist mein Job, zu schraubung von Klingeln, Lee. Ich habe meine ganze Familie auf diesem Klingeln. Wie geht es mit dir? Was geht mit Clem? Hmm. Hmm. Ich werde sie schraubung von Klingeln, egal was. Ich weiß, dass du. Schau. Der Mann mit Katja. Was ist der Name? Er hat ihn richtig festgelegt, als wir in. Ich habe definitiv gehört eine Schraubung von dort, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen eine Schraubung oder etwas. Und ich werde das in eine Minute. Du schraubst mich auf, wenn die Farmer kommen. Ich gehe. Hör auf, Mann. Schau das durch. Du schraubst die Klingeln. Dann, was, wenn es dir falsch ist? Du hast nur deine Chance bekommen, ein gutes Essen an die Kinder, die du versuchen, zu schützen. Wer ist dein Kopf, Kenny? Alles klar, Professor. Was hast du in mir? Lass mich mal schauen, was wir mit uns beschäftigen. Ja, aber wie? Sag jetzt nicht, unsere Figur kennt sich da irgendwie aus, wie man das aufkriegt. Hey, Lee. Du weißt, wie eine Schraubung, oder? Nein. Warum würdest du das sagen? Nein. Du weißt... ...Urban? Oh, du sagst nicht, was ich glaube, du sagst. Jesus, Mann. Ich bin aus Florida. Wahnsinn, das kommt manchmal aus meinem Kopf. Sorry. Hm. Was? Siehst du die Schraubung? Im Gegensatz zu den Badlocken, wir können nur die Assemble, einen Schraubung innen, und dann wiederholfen sie wieder, wie nichts mehr passiert. Alles klar. Sieht so, wie du ein Spiel hast. Ich schraubere mich, um einen Augenblick auf den Mann mit dem Klingeln. Andy. Ich dachte, das war Danny. Oder was auch. Kann ich dir helfen, die Kinder zu finden? Äh... Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, uh, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc.